ja hallo liebe rsm bike freunde mir möchte euch heute was bekannt geben und zwar nächste woche am freitag und am samstag 4 6 und 5 6 sind wir von 10 uhr bis 12 uhr und von 14 uhr bis 16 uhr auf dem naturcampingplatz in braunsbach dort könnt ihr gerne vorbeikommen und wir haben unser mobifun unser funbike und auch der mobilis standard dort zur kostenlose probefahrt und ich selbst werde vor sein und dann würde ich mich freuen euch begrüßen zu können dankeschön